Warum gibst du nicht auf? Pläne werden dich nicht retten. Das Schwert liegt schon an deinem Hals. Du könntest mehr sein. Du kannst dich widersetzen. Ich habe gesehen, wie du diese Entscheidung getroffen hast. Ich weiß, dass du wie die Wechs wandelst. Du siehst Splitter der Zeit. In denen eine andere Eramis ein anderes Leben führt. Aber mir fehlt der Luxus, den du einst hattest. Ich bin hier. Ich bin die Eramis im Hier und Jetzt. Vielleicht bist du das Hier und Jetzt, aber... Ich habe gelernt, dass es nie zu spät ist, um etwas zu ändern. Man muss nur einen Schritt in die richtige Richtung machen. Ich habe noch einen Schritt in die Richtung. Ich habe noch einen Schritt in die Richtung.